Am Sonntag bedeckt eine geschlossene Wolkendecke den ganzen Tag über den Himmel. Nachmittags kann es vereinzelt zu Regenschauen kommen, bei Tageshöchstwerten von 12 Grad. Gegen Abend lockert die Bewölkung auf und nachts sinkt das Thermometer auf 4 Grad. Die neue Woche beginnt Wolkenverhangen bei Höchstwerten von 11 Grad. In der Nacht zu Dienstag verschwinden die Wolken jedoch und eine sternenklare Nacht steht uns bevor. Die Tiestemperaturen betragen 3 Grad. Der Dienstag und Mittwoch bieten wettertechnisch ein ähnliches Bild wie die vergangenen Tage. Es ist stark bewölkt, aber niederschlagsfrei. Die Tageshöchstwerte liegen bei 14 Grad.